Musik Vom Landwirt zu einem der herausragenden Zeichner der Gegenwart. Dem Ausnahmekünstler Hans Schimanski wird mit das Kunstmuseum Ahrenshoop seine aktuelle Herbstausstellung. Nach dem Studium in Rostock wurde Schimanski Meisterschüler von Gerhard Kettner an der Akademie der Künste der DDR. Und bis zum heutigen Tage ist Hans Schimanski in der inzwischen vereinigten Akademie der Künste in Berlin als gewähltes Mitglied aktiv. Die Werkschau Hans Schimanski Parcours umfasst 120 Arbeiten aus allen Schaffensphasen des Künstlers. Wie ein roter Faden zieht sich durch diese Phasen die Affinität zur Ostsee und der Künstlerkolonie Ahrenshoop. Verschiedenste Untergründe und Formate, Bleistift, Tusche und Kreidezeichnungen, dazu die ungewöhnlichen Faltungen. Schimanskis Kunst ist ungeheuer variantenreich. Zu erleben noch bis März im Kunstmuseum Ahrenshoop.